Willkommen zurück zu einer weiteren spannenden Folge Until Dawn im Remaster Remake. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Es geht weiter, Freunde. Leider bin ich krank, man hört es an der Stimme, aber eine kleine Folge ist trotzdem drin. Wir sind hier stehen geblieben, bewerten, kommentieren für ein bisschen Support. Tja, wenigstens hast du deine Klamotten wieder, ne? Kann ich hier ran? Hallo? Ey, immer so die Treffer sind schwierig. Ich kann ab und zu einfach nicht richtig was anvisieren. Okay, ihre Kleidung will sie wohl nie wieder haben. Mike, was machst du da unten? Da ist ein... Oh, Mike, Gott sei Dank bist du hier. Schon. Okay, geht's dir gut? Wo, wo ist Jessica? Ist sie nicht bei dir? Jessica ist tot. Was? Er ermordet Sam. Hier oben läuft ein Irrer herum, der uns umbringen will. Uns alle. Und ich schwöre bei Gott, wenn alle wieder in Sicherheit sind, werde ich diesen Wichser jagen und ihm die Eier abreißen. Und zwar jedes Einzelne. Hör zu, dieser Typ, von dem du sprichst. Er hat mich angegriffen. Er hat mir auch Videos gezeigt. In einem davon wurde Josh ermordet. Er wurde zerfetzt von diesem riesigen Scheiß-Sägeblatt. Verdammte Scheiße. Ich glaube, er lebt hier unten. Und wer auch immer dieser Verrückte ist, er ist besessen von Hannah und Beth. Mein Gott. Was für ein kranker Scheiß-Film ist das denn hier? Hier ist eine Tür. Sie geht nicht auf. Kannst du sie von da auf machen? Wie nah das alles verbunden ist, ne? Ich dachte, das Sanatorium wäre viel, viel weiter weg. Könnten wir ihn jetzt hier zurücklassen? So im Sinne von, ja, wir machen da mal alleine weiter. Alter, nimm dir doch deine Klamotten. Hey. Gott, siehst du schlimm aus. Auch schön, dich zu sehen. Was soll das werden? Tja, also ein Handtuch ist doch nicht das beste Outfit, um Psychokiller zu bekämpfen, weißt du? Würdest du mal, Mike? Oh, äh, äh, ja, klar doch. Okay, fertig. Bringen wir es hinter uns. Allerdings. Was war das? Ist das... Weinen? Nein! Nein, nein, nein! Geh weg! Oh, Chris. Oh, Chris, 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 Chris. Was zum Teufel? Du weißt, was Plot-Protronen sind. Ich meine, echt jetzt? Badabumm. Oh, Gott! Oh, mein Gott! Mann! 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 Mann, die Stimme! Oh, Scheiße! Shit! Oh, Scheiße! Oh, verdammt! Alter, ihr Knie sieht echt mies aus. Ich hab diese Verletzung gar nicht mehr so in Erinnerung. Aber Emily ist fit. Oh, nein! Boah, sag mir, ich hab noch einen Versuch. Hätte sie hier schon sterben können? Wahrscheinlich ja, ne? Okay. Ey, Alter! Du solltest dich bewegen. Was man? Oh, Entfer! Oh! Oh! Oh, nein! Oh! Oh! Oh Gott, das waren 600 Mäuse. Wehe, das klappt nicht. Das war mein Lieblingsteil. Okay, sieht doch gut aus. Alter, sie denkt wirklich noch an irgendwie ihre Klamotten. Emily ist so klischeebehaftet unsympathisch. Ich glaube, wenn die jetzt stirbt, trauert ihr niemand nach. Im Gegenteil, die Leute sind regelrecht zufrieden und denken sich, ja man. Oh oh. Hallo? Hallo? Warte. Okay, ne Lore. Mehr nicht. Ich dachte, hier würde ich irgendwelche Informations bekommen. Kann ich überhaupt gescheit wegrennen, wenn es jetzt hart auf hart kommt? Ja, an sich geht es mir schon wieder deutlich besser. Ich hatte kein Fieber oder sowas, aber ich habe wieder diesen Dreckshusten enttrocknen. Ich sage ja, ich befinde mich in einer Endlosschleife aus derselben Krankheit. Ich hatte die, glaube ich, jetzt siebenmal. Das fing immer gleich an. Sohn hatte es. Ich habe es bekommen. Hey, kann ich hier hin? Alt und rostig, aber stabil genug. Ich denke, so eine Lore könnte da durchbrettern. Was haben wir denn hier? Informations. Auf der Rückseite, die Sprengtruppe-Vorbereitung zum Sprengen der neuen Schächte. Northwest Main, Dezember 1951. Ich dachte, hier wäre irgendwas Nützliches drin. Da hätten wir auf jeden Fall schon mal ein Totem. Nothing. Oh, 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 oh! Verlusttotem. Chris hat irgendjemanden weggeballert. Chris pustet irgendjemanden das Hirn weg. Ja, alle Let's Plays, die jetzt gerade irgendwie Zwangspause haben, werden fortgesetzt. Auch Dead Rising oder Diablo und so weiter. Aber ich mache jetzt nur das Nötigste, weil ich die Stimme auch schonen muss. Sonst geht es ja nicht weg, sonst wird es immer nur schlimmer. Deswegen, ne? Ich weiß, es ist ätzend, aber auch, dass ich das immer wieder hier erwähne. Aber die Leute fragen ja schon, Until Dawn abgebrochen, was ist damit? Ja, es ist schon mühselig, 20 Minuten da irgendwie ein Spiel zu spielen, weil man einfach so gebimst ist. Hm, Dr. Flammenwerfer ist auch unterwegs. Stechuhr. Dass man hier alles an Hinweisen finden kann, ne? Unsafe, keep out. Tja, aber safe genug, dass es zu gebrettert ist. Alright, ich bin hier hergekommen. Dann ist hier drüben noch eine Ecke. Oh, hier unten in so einer Mine drehst du doch durch. Blackwood-Mine. Dieser Teil der Mine ist kürzlich eingebrochen. Bitte kontaktieren Sie Vorarbeiter H. Tanner. Karte 4C8. Enthält nähere Details. Okay. Wir können hier auf jeden Fall hoch oder wir können hier einen Lift verwenden. Die Leiter sieht weniger tödlich aus. Tja, ist sie nicht. Oh Mann, Emily. Die kracht aber auch wirklich immer tiefer rein, ne? Keine Fackel. Aber ein Handy. Alter, ein paar Skelette wären so das Letzte, worum ich mir Sorgen machen würde. Eher, dass sie so platziert wurden, weil das ist nicht unbedingt natürlich. Tja, hätte ich mal den Aufzug verwendet. Dann wäre ich jetzt wahrscheinlich in der Lodge und würde heiße Schokolade trinken. Oh, Matty Boy. Oh, Matty Boy. Matty Boy, wo bist du? Das ist doch nur ein Helm. Wir haben schrägeres heute gesehen als irgendein alter Minenarbeiterhelm, oder? Auf der Rückseite. Liebster Billy, komm schnell sicher nach Hause. Von deiner dich liebenden Frau und deiner Tochter. Agnes und Louise. Kuss, kuss, kuss. Nimmt sie erstmal mit. Weiß man ja nie, ne? Wann das nochmal nützlich ist. Kaputte Leiter. Alright, ich bin absolut nicht auf der Höhe. Also, solche Quicktime Events sind für einen total benebelten kranken Typen. Nicht das Beste. Aber ich respektiere Emilies Einsatz, wie gut die klettert. Alles klar, ich bin wieder im Rennen. Mehr oder weniger. Boah, ich hoffe, ich schaffe die Quicktime Events. Meine Reaktion ist Matsche. Mats. 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 Alter, keine schöne Vision, aber die sieht doch diese Vision, dass sie da keine Panik bekommt, ne? Also da hätte ich echt mir gewünscht, dass sie da irgendwelche Reaktionen einbauen, weil du siehst einfach, wie der ins Auge geschossen wird. Seine Reaktion ist halt, ja, ist halt ein Todturm, ne? Aber bei einem Minenhelm dreht sie halber durch und denkt sich, oh mein Gott, es ist hier nur los. Irgendwas spielt hier kräftig mit einem Flammenwerfer rum, Emily. Joa, netter kleiner Ausflug, hier ist die Fackel wieder. Oh mein Gott, endlich funktioniert mal was. Es werde Licht, Badabum. Endlich, nach all den Jahren, funktioniert hier mal was. Naja, das Vieh ist ja gerade abgelenkt mit Mr. Flammenwerfer. Eigentlich hat sie jetzt das perfekte Fenster, um hier irgendwie sich rauszusneaken, ne? Emily. Wenn jetzt, wenn nicht jetzt, wann dann? Was ist das? Ein Ring, ne Taschenuhr? Döschen, Schnupftabak? Warum zeigt mir das Spiel das? Also ich hätte vor den Geräuschen mehr Angst, als vor einem Flammenwerfer. Okay, das ist zu steil, zu rutschig. Zu eingeschneit. Vorsicht, Abgrund. What the heck? Wie kommt das hier runter, hä? Wann holst du dir deins? Beth. 18.3. Ich würde mir ehrlich gesagt zu denken geben, wenn ich hier so perfekt platziert ein Bild von zwei toten Mädchen finden würde. Also von einem der zwei toten Mädchen, ne? Befs Kreuz. Befs Kreuz. Beth. 2.2.2014. Hier wurde jemand beerdigt. Jetzt gehen wir erst mal hier hin. Oh, der Anhänger von Hanna. Hennas Medaillon. Ei, 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 ei. Na gut, Leute. Hier geht's beim nächsten Mal weiter. Es tut mir leid, dass die Folge so kurz ist. Aber ja. Gesundheit geschuldet. Äh, ja. Bis zum nächsten Mal. Ich würde mich über eine Bewertung freuen. Danke für den Support. Bald geht's hoffentlich wieder regulär weiter. Aber ich weiß. Ist ätzend. Auf Wiedersehen und Tschüss.